so daniel guck dir dieses scheiß ding an ich habe die schnauze voll erklärte strauß gemacht will noch ein bisschen was machen geht die maschine wieder nicht hier bewegt sich nichts hier am drehschalter nichts deckel mal auf und zu gemacht hier siehst du vielleicht zwei kilo flash dran so zugemacht nichts geht hier gar nichts tote hose wie das letzte mal ein satz mit hängen und würgen und die maschine geht nicht die ist nicht ordnungsgemäß dann ich gebe dir zurück entweder du hast die gleichwertige eine gute deutsche oder ich will mein geld wieder haben das funktioniert so nicht das ding kost 3000 euro und es funktioniert nicht richtig dass es mist das muss ich zusehen wo ich mir mit dem mit dem mit dem fleisch in die zeuge sind noch alles klar dann alles später ich rufe dich an